ja das wäre vielleicht ein lautloses Schusswiderstand so was ist interessant aber das kann ich mir nicht leisten das kann ich mir aber leisten dass das Auto noch mehr aushält das nehmen wir mal auf und wir könnten das machen verlängert die Dauer der Schadensreszenz nach Wiederbelebung das ist sicher auch interessant wenn ich schon wiederbelebte werde, dann geht es umgehe damit kann man arbeiten damit kann man arbeiten und ich will diesen Unterlauf ich weiß nicht warum so lauf aber jetzt habe ich blind die habe ich freigeschaltet ne die habe ich nicht freigeschaltet das ist jetzt so mein Fehler so aber hier mal alles bis auf den Dödel da drüben ich sehe noch einen Tango Tango down da ist noch ein Tango ja den könnt ihr hier so platt machen ich brauche ne bessere Position so mach die beiden mal down dann haben wir hier aufgeräumt und es ist ja das merke ich suchzeug wieder rungs ich gehe selber runter oh und das macht drei ja da haben wir aufgemischt so das nehmen wir mal mit bitte hier sind schon mal ein paar Ressourcen es steht aber nicht gleich auf der Karte erst wenn man kurz davor steht ich kann nicht sagen ungut aber oh schon ungut ich muss da rein ich denke es da ist irgendwo ne Ressource das Fenster da ist aber trotzdem da wieder ne Ressource hier oben wahrscheinlich hab das ziel ja mach's platt hab ihn durchs Fenster hat er ihn abgeknallt das war cool lieber so lecker na egal funktioniert die können dich nur mal retten da sind mehr drin als man denkt das könnte man ausruhig an die Pudel oh danke direkter entdeckung ich brauche ne sneeber wie ihr macht mal Alarme hast du mich Pitcher genannt du Arschle da gib mir doch das neiple nicht die scheiss bist du sie kommen hier lang das müssen wir anders machen aufklären alter scheiss drohne hallo 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 hab noch einen tango hab ein drittes ziel da nähert sich ein helikopter da nähert sich ein helikopter hier ist ziel nummer fünf verstanden unterwegs ok bin unterwegs such eine gute position so die beiden da macht ihr mir der Rest ist mir egal ok ziel markiert auf dein zeichen boss schaffendes ernsthaftes verdammte scheiße kannst es gern probieren nur mehr auf mich zu ziehen warte da oben von hinten von hinten oh ihr schweine ihr elenden von hinten was seid ihr doch für warme bros wirklich warme bros aber es ist egal weil das war sowieso genau auftrag von teures es wäre nur interessant sind da ressourcen drin oder es wäre interessant jetzt renne ich aber nicht nochmal mit so einem scheißen jetzt mache ich euch schon locker drei vier folgen diesen dreck hier können wir jetzt diesen heli hier holen und dann machen wir was anderes ja das ist ja schon witzfrei hier diese ganze rennerei jedes mal Achtung Feind präsenz drohne fliegt da ist eine montierte waffe ich sehe noch einen tango ja ich will nur den heli eigentlich wo ist der hinten oder ja ja nur den heli der rest ist ja ja dann gehen wir roger ich gehe in position brauche neue position ziele erfasst dann loslegen so läuft's und wie gesagt wir holen uns den heli der rest ist povidl das sind sogar unsere leute geil wagen mit montierter waffe das ist doch kein wagen würde man helfen hört wird vorsicht zäger mit nem machine pistole die kippe wo sonst dann so wie gesagt nur diesen heli haben dass man dann ab zwischen können ganz ruhig granate haben sie mir vor der nase bringt euch ja selbst da drüben ist ein puff so wir schnappen uns ist wie gesagt ist ein helium verpissen das ist nicht egal wo bitte markieren verstanden unterwegs nach dem blatt tatsächlich flog ich heute geht es weiter ihr den mal fliegen wir jetzt einfach hin und es hat sich das sollte ziemlich viele lichter und schalter hier drin da muss ich weg geschafft wir haben sie abgehängt so schön runter hier schöne bruchlandung hingelegt der ist am kopf das schaut doch lustig aus den kann man immer brauchen aber es ist egal wir sollen den hier stehlen und ich bin mir sicher dass wir das schaffen werden und dann ist ein kleines speicher gefangene haben wir auch öffnen indem ihr auf das ding schießt das ist natürlich noch ein tango tango nummer drei hätte da ist einer drin sagen da sind sicher noch mehr leute da sind sie noch mehr aber das ok eine nach dem anderen ausschalten chili und dann sollte das klappen fangen wir mit dem an das sind zwei oder die in position ich gehe in position zwei da bitte eines beim messer hinten das war die hammer ist da oben nur einer das besteht die möglichkeit das ist nämlich ein wachtturm wo ist denn das da ach so das macht fünf sniper bei den sniper müssen wir noch los die position macht mal einer von euch bitte ich brauche eine bessere position ich sehe das ziel das ziel ist markiert na kriegt es weg wir haben einen narco mit mp direkt am reifen stapeln wir sind überall gegen den ersten kriegt er nicht recht ich gehe in position und kriegen sie weg bis der schießt man bis der schießt leute da wird mal halt ich schaue genauer an und er schießt das dauert einfach so lange das soll ich stehen ja das ist fast schon gelaufen kannst du vergessen der hat meine heli geglaubt ist auch jetzt soll ich gar nicht mehr reingehen kann man gleich weiter gehen machen wir das nächste rentiert sich somit nicht mehr was ist es da ja weil der abkaut ist mit meinem heli somit orientiert sich das nicht mehr kann ich gleich dort hingehen fertig ich gehe zum flughafen weil hier kann ich eh nichts mehr machen wo alter ex kinderländische ich gehe zum flughafen weil hier kann ich eh nichts mehr machen wo alter ex kinderländische aber es ist scheißegal der auftrag ist eh gelaufen schweine gesicht hat mein heli geklaut und es ist sinnlos worden da weiterzumachen bringt mir nichts auftrag heli da also müssen wir noch mal ran an die boletten also wieder hinwandern natürlich 200 kilometer sind nicht mehr so weit weg echt sexy drecks heli da klauen jetzt was markiert der trottel ist der behindert oder so so irgendwie dumm oder so in die richtung was hat denn der für markierungen für blöde den depperten heli soll es markieren du flasche oh gott warum habe ich immer die dummste kai hier wow ob ich da rauf gekommen ist weiß ich nicht schauen wir mal hier ist ein zikario drüben beim mörser hier rauf kommen ja lol ich nehme jetzt einfach dein ding da und hau ab wenn ich das gewusst hätte da kannst du einfach von hinten hin und es hat sich das geht wesentlich besser leute so sollte man es machen aber ein generator gesichtet generator sollte man dann hinaus ausblasen an das nächste und vor allem die gefangenen will ich befreien also ich muss da sowieso hin weil die gefangenen die werden wir auf jeden fall retzen so da ist auch noch einer ja den mörser den müssen wir loswerden sniper müssen wir loswerden was ist da was vor allem schwierig ist ähm müssen wir machen wow wie viele wow wie viele gefangene haben die okay also hier haben wir ein bisschen was zu tun da wird jetzt nicht klar haben wir einen heli das möchte ich schon machen weil die gefangenen will ja auf jeden fall gefallen so also das sniper ist immer das wichtigste alles andere können wir machen und ihr vielleicht verstanden unterwegs so blöde es wäre nicht schlecht wenn ihr mir den sniper vom arsch hält ich habe das ziel bereit für den angriff er ist erledigt ok da ok dann werde ich mir das äh 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 englern wir machen wieder mal einen cut wenn es euch gefallen hat abonniert mich liked mich schreibt einen kommentar ich würde mich wirklich drüber freuen bis zum nächsten mal euer zocker andy von gameplay deluxe tschüss und Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017